Opa Carmen ist mein Lieblingsoppa, abgesehen davon, dass sie so bekannt ist und berühmt. Das ist ein Ohrwurm für viele, viele Menschen. Und es macht mir unglaublich viel Spaß, auf der Bühne Carmen zu singen, weil sie einfach so emotional ist und stark und sensibel. Ich finde es einfach toll, Carmen zu singen. In der letzten Szene unter meinem wunderschönen Kleid ist ein Neoprenanzug. In dem Neoprenanzug ist eine Tasche, in der Sauerstoffflasche versteckt ist und fixiert. Und dann habe ich auf dem Kleid so eine Blume und dort ist der Schlauch versteckt und das Mundstück. Und wenn Don Jose mich ins Wasser stößt, muss ich den Schlauch rausziehen, sodass das Publikum das natürlich nicht merkt. Und so kriege ich Luft im Wasser. Prägenzer Ende von Carmen finde ich großartig, weil das fasziniert so viele Menschen. Und wenn wir schon hier den See haben, so viel Wasser, wie kann Carmen anders umgebracht werden? Durch Erstecken kann ich in einem anderen Oppenhaus den Tod darstellen. Aufdrehen Aufdrehen Untertitelung des ZDF, 2020